Klaus Gustav Heinrich von Beime ist ein deutscher Politikwissenschaftler und war 1974 bis 1999 Professor am Institut für politische Wissenschaft, der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Leben Nach dem Abitur 1954 in Celle machte Beime zunächst 1954 bis 1956 eine Ausbildung zum Verlagsbuchhändler. Ab 1956 studierte er zunächst Rechtswissenschaft sowie Soziologie und Geschichtswissenschaft, wechselte aber nach vier Semestern von der Rechts- zur Politikwissenschaft. Er studierte bis 1961 an den Universitäten Heidelberg, Bonn, München, Paris und Moskau. Der außergewöhnliche Studienplatz in Moskau ergab sich aus der Lebensgeschichte von Beimeß, der in der Volkshochschule Russisch lernte und sich erfolgreich für den Studentenaustausch bewarb. Anschließend war Beime ordentlicher Professor an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen 1971 auch kurzzeitig Rektor dieser Universität. 1972 erhielt er einen Ruf an die Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. 1973 bis 1975 war er Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für politische Wissenschaft. Schließlich war Beime 1974 bis 1999 ordentlicher Professor an der Universität Heidelberg und leitete das Institut für politische Wissenschaft. 1982 bis 1985 war er Präsident der International Political Science Association. 1983 bis 1990 Mitglied des Research Council am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. 1985 Gastprofessor an der Ecole des Sciences-Politics in Paris. 1979 Gastprofessor an der Stanford University. 1987 FF. Mitglied der Academia Europei 1989 Gastprofessor an der Universität Melbourne. 1990 bis 1993 war er Mitglied des Vorstandes der Kommission für die Erforschung des sozialen und politischen Wandels in den neuen Bundesländern. Seit 1999 ist Beime emeritiert. Beime erhielt vielfache Anerkennungen für seine wissenschaftliche Tätigkeit, U.A.R. 1995 die Ehrenmitgliedschaft der Humboldt-Universität in Berlin. 1998 die Universitätsmedaille der Universität Heidelberg und 2001 die Ehrendoktorwürde der Universität Bern. Außerdem ist er Mitglied der Academia Europei und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. 2008 wurde er mit dem Schader-Preis geehrt. Beime wurde am 2. September 2010 für seinen gewaltigen Beitrag zur Entwicklung der Politikwissenschaft in Europa und der ganzen Welt als auch für seine langjährige Tätigkeit als Professor für Politikwissenschaft an den verschiedensten Universitäten weltweit mit der Ehrenprofessor der Lomonosov-Universität zu Moskau geehrt. Insbesondere habe er sich um die Entwicklung der Beziehungen zwischen der Lomonosov-Universität und den Universitäten in Deutschland verdient. Gemacht, so die Laudatoren. Die Verleihung der Auszeichnung fand im Rahmen eines Festaktes, zu welchem der Rektor der Moskauer Universität geladen hatte. Im Beisein des Bürgermeisters von Moskau, Juri Michalowitsch-Luschko, statt. Auf seiner Sitzung in Tokio am 14. 15. April 2012 beschloss das Executive Committee der International Political Science Association, dass Klaus von Beime in Würdigung seines Lebenswerks den Matai Dogan Award for High Achievement in Political Science zu erkannt werden soll. Die Verleihung des mit 5.000 Dollar dotierten Preises erfolgte auf dem 22 World Congress of Political Science durch Jean-Pascal Dalotz im Rahmen einer festlichen Veranstaltung, bei welcher Klaus von Beime einen Festvortrag hielt. Eine Studie 1998 besagte, dass von Beime auf Rang 10 einziger Deutscher unter den Top 10 der weltweit wichtigsten Politikwissenschaftler ist. Beimes außergewöhnliche Bedeutung für das Fach zeigt sich auch auf deutscher Ebene. 41% der befragten Wissenschaftler benannten ihn als wichtigsten Vertreter der Politikwissenschaft in Deutschland. Auf Platz 2 liegt er bei der Frage nach den wichtigsten Fachvertretern hinsichtlich ihrer professionspolitischen Bedeutung. Wiederum die meisten der Befragten glaubten, dass er die beste Reputation aller Politikwissenschaftler in der Öffentlichkeit genieße. Zweimal war Beime auch unter den wichtigsten Vertretern einzelner Forschungsfelder zu finden. Sowohl beim Themengebiet politische Theorie, politische Philosophie und Ideengeschichte als auch bei dem Fachgebiet vergleichende Politikwissenschaft-Systemvergleich Forschungsschwerpunkte Ein Forschungsschwerpunkt stellt die vergleichende Untersuchung der Regierungssysteme in Europa dar, dabei insbesondere im ehemaligen Ostblock. Zu seinen Fachgebieten wie vergleichende Politikwissenschaft, politische Theorie oder Policy-Analyse verzeichnet Beime zahlreiche Publikationen. Er sieht das Hochschulsystem der Vereinigten Staaten als Vorbild. Auch seine Beiträge zur Erforschung der Geschichte der Disziplin Politikwissenschaft sind anerkannt. Insbesondere zur Geschichte der vergleichenden Politikwissenschaft und einem ihrer Gründungsväter, Karl-Joachim Friedrich. Zu seinen Leidenschaften gehören Architektur und Kunstgeschichte. Seine Werke Das Zeitalter der Avantgarden, Kunst und Gesellschaft 1905 bis 1955 und die Faszination des Exotischen. Exotismus, Rassismus und Sexismus in der europäischen Kunst tragen dem Rechnung. Klaus von Beimes Werk über den Wiederaufbau verbindet politologische und ästhetische Sichtweisen und relativiert das Klischee der besonderen Affinität von konservativen Architekturgeschmack und faschistischem Denken. Indem es an Beispielen wie Rudolf Hillebrecht, Roland Reiner oder Friedrich Thoms die erfolgreichen Nachkriegskarrieren von NS-Architekten beleuchtet. Privates. Seine Eltern, Wilhelm von Beime und Dorothee von Rümker, waren Gutsbesitzer in Schlesien, später Hoteliers. Beime ist verheiratet mit Maja von Örzen, Tochter des Oberregierungsrats und Rechtsanwalts Detlof von Örzen und der Viktoria von Blücher. Seit seinem 24. Lebensjahr ist von Beime Mitglied der SPD. Bücher. Der Föderalismus in der Sowjetunion. Quelle und Maja Heidelberg 1964. Politische Soziologie im zaristischen Russland. Harasowicz Wiesbaden 1965. Das präsidentielle Regierungssystem der Vereinigten Staaten in der Lehre der Herrschaftsformen. Müller, Karlsruhe 1967. Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes. Mohr, Tübingen 1968. Politische Ideengeschichte, Probleme eines interdisziplinären Forschungsbereichs. Mohr, Tübingen 1969. Interessengruppen in der Demokratie. Pieper, München 1969. Fünfte Aufel. 1980. Die parlamentarischen Regierungssysteme in Europa. Pieper, München 1979. Zweite Aufel. 1973. Dritte Aufel. Die parlamentarische Demokratie. Entstehung und Funktionsweise. Westdeutscher Verlag. Opladen 1999. Das politische System Italiens. Kohlhammer, Stuttgart 1970. Die politische Elite in der Bundesrepublik Deutschland. Pieper, München 1971. Zweite Aufel. 1974. Vom Faschismus zur Entwicklungsdiktatur. Machtelite und Opposition in Spanien. Pieper, München 1971. Die politischen Theorien der Gegenwart. Pieper, München 1972. Achte Aufel. Westdeutscher Verlag. Wiesbaden 2000. Ökonomie und Politik im Sozialismus. Ein Vergleich der Entwicklung in den sozialistischen Ländern. Pieper, München 1975. Paperback Edition 1977. Gewerkschaften und Arbeitsbeziehungen in kapitalistischen Ländern. Pieper, München 1977. Sozialismus oder Wohlfahrtsstaat. Sozialpolitik und Sozialstruktur der Sowjetunion im Systemvergleich. Vergleich, München. Pieper, das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden. Westdeutscher Verlag 2010. Elfte Aufel. Kommarunde, Klammer, 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 Komma Punkt. Parteien in westlichen Demokratien. München. Pieper, Zweite Aufel. 1984. Die Sowjetunion in der Weltpolitik. München. Pieper, Zweiendel Edition 1985. Der Wiederaufbau, Architektur und Städtebaupolitik in beiden deutschen Staaten. München. Pieper, der Vergleich in der Politikwissenschaft München. Pieper, Right-Wing-Extremism in Western Europe, London. Frank Hess Publishers. Hauptstadtsuche. Hauptstadtfunktionen im Interessenkonflikt zwischen Bonn und Berlin, Frankfurt am Main. Surkamp, Theorie der Politik im 20. Jahrhundert. Von der Moderne zur Postmoderne, Frankfurt am Main. Surkamp, Dritte Aufel. 1996, Vierte Aufel. 2007. Die politische Klasse im Parteienstaat, Frankfurt am Main. Surkamp, Zweite Aufel. 1995. Systemwechsel in Osteuropa, Frankfurt am Main. Surkamp. Transition to Democracy in Eastern Europe, London. Palgrave-Milk-Millen. Der Gesetzgeber. Der Bundestag als Entscheidungszentrum. Kulturpolitik zwischen staatlicher Steuerung und gesellschaftlicher Autonomie. Opladen. Westdeutscher Verlag. Die Kunst der Macht und die Gegenmacht der Kunst. Frankfurt am Main. Surkamp. The Legislator. Diamond Parliament as a Center of Political Decision Making, Aldershot. Eschgate. Die Parlamentarische Demokratie, Opladen. Westdeutscher Verlag. Parliamentary Democracy. Democratization, Destabilization, Rekonsolidation 1789 bis 1999. Basingstok. Mück-Millen. Parteien im Wandel, Zweite Aufel, 2002. Politische Theorien in Russland 1789 bis 1945, Wiesbaden. Westdeutscher Verlag. Politische Theorien im Zeitalter der Ideologien, Wiesbaden. Westdeutscher Verlag. Das Zeitalter der Avantgarden. Kunst und Gesellschaft 1905 bis 1955, München. C.H. Beck. Föderalismus und regionales Bewusstsein. Ein internationaler Vergleich, München. C.H. Beck. Die Faszination des Exotischen. Exotismus, Rassismus und Sexismus in der europäischen Kunst. München. Fink. Geschichte der politischen Theorien in Deutschland 1300 bis 2000, Wiesbaden. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Vergleichende Politikwissenschaft, Wiesbaden. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Kulturpolitik in Deutschland. Von der Staatskulturförderung zur Kreativwirtschaft, Wiesbaden. VS für Sozialwissenschaften. Von der Postdemokratie zur Neodemokratie, Wiesbaden. VS Springer. Liberalismus. Theorien des Liberalismus und Radikalismus im Zeitalter der Ideologien 1789 bis 1945, Wiesbaden. Springer VS. Konservatismus. Theorien des Konservatismus und Rechtsextremismus im Zeitalter der Ideologien 1789 bis 1945, Wiesbaden. Springer VS. Sozialismus. Theorien des Sozialismus, Anarchismus und Kommunismus im Zeitalter der Ideologien 1789 bis 1945, Wiesbaden. Springer VS. Pioneer in the Study of Political Theory in Comparative Politics, Heidelberg. VS Springer. On Politik, Culture, Cultural Policy, Art in Politics, Heidelberg. VS Springer. Religionsgemeinschaften, Zivilgesellschaft und Staat. Zum Verhältnis von Politik und Religion in Deutschland, Wiesbaden, VS Springer. Die Russland-Kontroverse. Eine Analyse des ideologischen Konflikts zwischen Russland-Wersteern und Russland-Kritikern, Wiesbaden, VS Springer. Bruchstücke der Erinnerung eines Sozialwissenschaftlers, Wiesbaden, VS Springer. Artikel, Parlamentarische Demokratie, Politik, Verdrossenheit und die Demokratiereform in Deutschland, in Robertson von Trotar, Carolina Ypsilon. Herausforderung Demokratie, Demokratisch-Parlamentarisch gut. Baden-Baden, 2011, 29 bis 45. The German Constitutional Court in Anunisi. Triangle between Parliament, Government and the Federal Länder in. Wojcik-Sadurski. Constitutional Justice, East and West. Den Haag-Kluwer, 2002, 101 bis 118. 10. Institutional Engineering and Transition to Democracy in. Jansi-Lonca. Democratic Consolidation in Eastern Europe. Oxford-Oxford University Press, 2001 pp. 3 bis 24. Elite Relations in Germany, German Politics, Woll. 10. No. 2. pp. 19 bis 36. Citizenship and the European Union in. Klaus-Eder, Bernhard Giesen. European Citizenship between National Legacies and Post-National Projects. Oxford-Oxford University Press, 2001 pp. 61 bis 85. The Bundestag still at the Center of Decision Making in. Helms-Lutga. Institutions and institutional change in the Federal Republic of Germany. Basingstuck-Milk-Millen, pp. 32 bis 47. Federalism in Russia in. Ute Wachendorfer-Schmidt. Federalism in Political Performance. London, Routledge 2000, pp. 23 bis 39. Shifting National Identities. The Case of Sherman History. National Identities. Snow. 1. 1999 pp. 39 bis 52. German Political Science. The State of the Art European Journal of Political Research. 20, 1991. 263 bis 278. 21,294 bis 0, part 2,500 formulas. 31,973 bis 478. 25,6. 29,556 bis 359.